Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 mehr als erfolgreich gewesen. Sturm 3 hat den dritten Platz gemacht, Sturm 2 wurde Zweiter und ja, der Sieger? Genau, Sturm 1. Also alle drei teilnehmenden Sturmmannschaften haben sich die vorderen Plätze gesichert. Platz 4 an Ljubljana, die haben sich auch ganz gut geschlagen. Aber unterm Strich muss man schon sagen, war die Konkurrenz unseren Blackies, unseren jungen Blackies, definitiv unterlegen. Also da haben sich unsere Nachwuchshoffnungen sehr teuer verkauft. Und ich hoffe, euch hat das Video eben auch gefallen. Und ja, von dem her, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem Jugendturnier sagt. Ich finde, es ist eine richtig coole Geschichte, dass unsere Blackies das auch jedes Jahr hier veranstalten. Und ja, von dem her, sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lernstv. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich! Und bis dann. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Vielen Dank.